Pieps, Freunde, was geht ab und heute spielen wir? Eine Runde, FIFA 18, ich bin Massimo, ich bin Moritz. Wir wissen, FIFA 19 kommt und wird auch wahrscheinlich auf der Gamescom in Köln ausgestellt werden. Danke. Nein, immer ein helleres Trick, oder was? Ja, dann weiß. Testländerspiel, Sportdruckstadion in Moskau, eigentlich ist es immer Moskau, glaube ich. Wir gucken, wer gewinnt. Ein herziges Hallo von Wolfsburg und Frank Walshmann zu diesem Länderspiel. Ja, Wolfsburg, was erwartet uns heute wohl nicht. Wir wollen direkt loslegen, wir wollen mit Argentinien. Entsprechend offensichtlich, weil wir haben letztendlich gecheckt, dass das Projekt auch so. So früh im Spiel tun es auch ein paar erste Worte, keine Spieler. Ähm, haben wir so auch FIFA 2 gemacht und ich bin gegen anderen jungen im Finale, Moritz wird in den dritten Platz spielen. Also das Projekt heißt gecheckt in der alten Post. So habe ich auch mit dem Training gespielt. Das war Gabriel, der Sons. So früh gestartet oder kam der fast zu spät. Ja, aber das ist krank. Ach, das ist ein bisschen gut mit dem Schwarz. Den Fernschussball ist jetzt der fachsend gute Parade. Er spielt jetzt zurück, guter Doppelpass. Ah, oh. Ein Trickshot. Aber schade. Oha. Oh, das könnte eine Schwarz werden. Von so weit hätte ich jetzt nicht geklappt, weil es so viel mehr geht. Ja, das war gerne mal gut. Wir gehen durch die Mitte. Spiel. Oh, ein Doppelpass. Ja, nein. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja. Oh, wie ist dein Tor? Wie weit kommt der Scheiß Keeper durch? Nein. Gott, ey, nein. Ey, wenn das... Als wenn dein Keeper... Oh mein Gott. Ey, der war low. Als wenn der Keeper jetzt ein Tor gemacht hat. Ey, komm, der war gut. Okay, der war wirklich gut. Oha. Oha. Wie dein Keeper durchkommt. Das müssen wir uns noch mal angucken. Guck mal, ich geh da in den Zweig und dein Keeper geht da durch und guck mal mein Torwart an, was er da macht. Gar nicht. Es springt einfach aus, ob der die Bahne guckt. Versuchen wir mal meinen Torwart einen Torwart-Solo zu machen. Guck mal diese Scheiß-Benachrichtung. Nein, 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 nein. Ja, 2-1. So klar, nur. Guck doch nicht. Guck. Guck mal dein Spiel. Guck mal meine Spieler an. Die Einzelne, die wasn't denn so ein bisschen mehr in einem Raum. Oder der Traumart. Die Baller, die Baller, die Baller, die will. Die Baller, die wäre. Naja, aber zweitlich. das könnte die Chance werden Gute Bad Messi ganz spannendes Ziel Nein was macht der Torwart der Führungstreffer in dieser Partie riesenjubel steht ja so rum aber ich will da 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 das war die jetzt doch mehr oder weniger die Kompeten alle die war klar war ja klar ein der Beist auf die Zehnung der Lande und manche in den Platz auf die Messie und der Markt ist wie es ist es ist und der die 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 20 Minuten die die Loma Römer, sollen wir rutschen zur Runde. Wuhu! Treffen muss wieder ein sein. Das ist jetzt gefährlich! Muss ich mal mit einem Dauer grätschen. Und für Mino. Anstatt einfach mal zu schießen, ne? Okay. Schließlich. Schließlich. Jetzt für Mino. Woah! Geil! Schließlich. Ey, der kriegt auch Geld. Rot! Ja! Wieso? Was war da in Rot? Warte, lass mal. Was war da in Rot? So war ich den anderen Spieler gefault. Pfff! Schlauskind. Egal, es sind nur noch ein paar Minuten. Ganz souverän hier vom Dolter. Waaaah! Egal, es sind nur noch die Leute. Waaaah! Wir sind zu red. Wir sind wir Gangster. Waaah! Mach doch du! Schiss nicht! Schiss nicht den Tor! Schiss nicht den Tor! Jetzt doch vor! das ist nichts mehr das wird in die Niederlage die zu deutlich hin da geht doch auch ich ich bin dabei warte ich will gucken Junge bei dir muss man gucken und bei mir nicht warte mal hast du dich ja auch noch so du essel du essel du essel oh 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 Ohr was sie nicht das ist ein bisschen gespielt ja das wird man immer gern der Pfosten Neuer das war richtig die du weißt schon wenn du passen er schießt nicht was nicht ich schwöre und jetzt ist er oder Ohr er macht mich doch fertig war nett ich kennst du dir ja tschüss du bist aber eh raus wir verabschieden uns jetzt Leute wir werden es gleich im Video wiedersehen tschau ja tschau ok da stöß ich schon mal den Kopf ne aber tschau tschau